Und damit willkommen zurück zu Let's Play Chroma Squad nach über zwei, nee, drei Wochen für mich, für euch zwei Wochen, für mich drei. Weil ich nicht richtig krank war, aber viel gehustet habe und ständig die Nase zu hatte und das wäre für einen Stream und für eine Aufnahme einfach nicht schön gewesen. Also für euch zumindest nicht. Und mir ist aufgefallen beim letzten Mal, ich war richtig dumm. Ich habe so viele Crafting-Materialien verschwendet, weil ich nicht gerafft habe, dass ich mich für eins von denen hier immer entscheiden muss. Deshalb habe ich hier nochmal ein paar Sachen anders ausgewählt hier. Möcher Hit Chance ist das hier. 50% Extra Damage für Special Attacks und das hier ist 2% Hit Chance. Also ist das hier auf jeden Fall besser schon. Ähm, naja, Combo Damage. Das hier macht gar nichts. Ja, Hit Chance. Ich hatte doch noch was. Genau. 16.000 Repair und 20% Health. Das gibt es aber noch ein bisschen weiter. Äh, ist... Die machen beide dasselbe. Also für... Holz, Vinyl und... Ähm, was brauche ich noch? Ich brauche noch was. Also zweimal Holz brauche ich. Und einmal Silver Tape. Das ist ja nicht so das Problem. Ähm, wo ist es? Also für einmal reicht es sogar noch. Silver Tape müsste ich doch eigentlich irgendwo haben. So, ich brauche noch... Hier einmal das hier. Sehr gut. Und dann... Nein. Der Mecha. Weil der Mecha ist einfach viel zu schwach. Äh, und Vinyl. Genau. Vinyl brauche ich. Wo ist es? Kann ich das so schon machen? Ne, dafür brauche ich Plastik. Und dafür brauche ich Knete. Ähm. Das ist das Mega-Pack. Aber ich glaube, das hier ist besser. Oder? Ach, das Ding ist Vinyl aufzutreiben, wird wohl ein bisschen schwieriger. Aber... Irgendwas konnte ich noch upgraden. Das hier... Aber ich meinte, ich hätte was anderes gemeint. Auch ein geiler Satz. Das... Das... Das hier, ne? So. So, Marketing. Wir müssen wieder was Neues machen. Und ich denke mal, wir haben wieder neue Sachen da, ne? Beim letzten Mal hatten wir... Das hier, ne? Happy Bar... Oh, ist das... Stimmt, Power Rangers galt ja früher mal als zu gewalttätig. Zeig. Kaftchen-Qualty. Eigentlich sind die hier noch immer ziemlich gut. Das haben wir noch mal Fan-Power. So, und jetzt müssen wir die nächste Folge am besten mal richtig gut machen. Wobei ich schon gerne gucken würde, was wir noch alles machen können. Was haben wir hier? Interceptor-Helm. Wem bringt das denn erstmal am meisten? Was haben die im Moment für Helme? Das ist ein bisschen blöd gelöst hier, muss ich sagen. Ähm... Equip. Knight-Helmet. Die haben den alle. Ja, okay. Mehr Attack, mehr Health, mehr Skill-Region. Das ist eigentlich gut für alle, ne? Ich kann es auch eigentlich für alle holen. So. Ähm... Team Attack wird 30 Squad-Mitgliedern. Klingt machbar. Alle Helden müssen leben. Alles am Leben bleiben. Zehn Klingern besiegen. Boss-Mit-Finishing-Move besiegen. Und da kommt noch ein Mecha-Fight. Schifft-Mitgliedern. Und da kommt noch die Küche. Die Küche. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt haben wir einen richtigen Teleporter Punk-Pin Okay Und jetzt haben wir einen richtigen Teleporter Die sind neu Ähm, was ist das hier? Assassin Rodent, okay Und alle können Ne, können sie nicht Das ist ein Punkt, den alle erreichen können Ja, aber ich weiß nicht, ob der was bringt Oder? Also Ja, doch könnte Pass auf Du gehst hier rüber Mach's Teamwork Ich glaube, die Assassine könnte gefährlich werden, dann können wir direkt unseren Triple Attack machen So Und du stehst schon gut da, deshalb So Das war's schon Ah, möchte ich hinsetzen Wow Wow Tenno Rangers Vollidiot Vollidiot Au Au Das war's schon 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 Okay, was haben wir noch? Square House Square House Kick, das ist immer noch das Beste Vor allem, wenn ich den Warte Sind die? Da ist nur ein Feld zwischen, ne? Was? Also, wenn ich den da hinkriegen kann Fuck, das klappt nicht Eins, zwei Hä? Da sind doch vier Felder, nenn ich Wieso geht das nicht? So, was machen wir denn jetzt? Pass auf, dann ändern wir den Plan ein bisschen Ah, okay Das ist jetzt das mitgemacht So, was versuchen wir jetzt aber noch mal Ja, ja, witzig Das war's. Okay. Powerbow ist schon leider verbraucht. Aber pass auf. Wieso liegt eine Waffe noch da? Ist das ein Bug, oder? Ernsthaft jetzt? So. 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 Okay. So Finish it, endlich So, antanzen Super 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 Das war's für heute. Wir müssen mal glauben, was wir tun, okay. So, 102%. So, 100%. So, 100%. So, 100%. So, 100%. So, 100%. Vielen Dank.